hey leute was geht ab wir spielen das erste mal minecraft allerdings ich hatte schon die ganze zeit minecraft aber leider kam ich nicht dazu das aufzunehmen leute jetzt starten wir mal das video so leute ähm was soll ich spielen in one chamber zombie apokalypse oder badwars und die ich wäre für wir sehen uns gleich okay wir sind hier gejoint wo wir hingehen ich habe es schon gesehen wo wir wenn du online wäre es dann hätte ich mit dem spiel da hätte mir bei dem video macht die und die beiden sich nicht gesehen so ich dachte der lekte typ hallo heute apropos ich hab lasken hallo ich bin gestorben dachte ich können fliegen aber keine kann er aber nicht so ich warte einfach die beste taktik in badwars du nimmst einfach so 16 16 die branche würde ich nur noch mehr so interessiert damit ich was verkaufe wird eisen wo ist eisen 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 hier ist oben oder oder ist hier das bett keine ahnung ich habe keine und wir unter das facebook haben wir blöcke wir kaufen erst mal kaufen blöcke jetzt kaufen wir zurück jetzt kaufen wir uns rüstung ich weiß kann nicht wo das eisen ist und jetzt kaufen wir uns eine waffe lassen wir erstmal sowas kaufen doch hier essen brauchen war ich habe keine nicht mehr so dinge zu viel okay das recht so muss essen hier ich habe steak 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 und steak so jetzt bauen wir uns in die mitte oder eigentlich gar nicht das zack, 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 so, ey, 440, ähm, Leute, wir bauen uns gerade in der Mitte, also, der, der das Spiel nicht weiß, ähm, der soll, äh, ich erkläre, ich erkläre, die Leute das Spiel nicht wissen, wie das funktioniert, also, in dem Spiel geht's darum, um alle anderen Bette zu zerstören, und die alle anderen zu töten, das war's, und, also, also, du musst einfach nur gewinnen, die alle anderen, den Bette zu zerstören, und dann, die, die Leute töten, dann hast du gewonnen, das ist das Ding, das ist das Ding, so, was war mein Teammate, ja, doch eben, ich hab den doch eben gesehen, oder ist er geläftet, so, was soll das für ein Sound nice bestes Sound ever also, als ob, als ob, als ob jemand, ja, als ob jemand anruft okay, ja, von daher, ich glaub, das Serverlekt, oder? egal, so jetzt gehen wir mal zurück jetzt dürfen wir unsere Items niemals verlieren sonst sind wir am am natürlich am ich, spring ah ich komm nicht mehr nach oben so, erstmal das Snaggle warte, ich guck mal im Chat warte ähm okay niemanns da ähm Waffen Waffen, 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 Waffen wie viel gehört hab ich? rechts auf den bogen jetzt waffen für beides genug wo finde ich da oben ich muss ganz nach oben deutlich eisen krägern wird sich verarschen locker nicht zu stellen wir haben weiß ich weiß nicht mein kräft so schon mal ankommen ist überhaupt jemand hier auf dem server weil niemand hat sich bis jetzt jetzt getötet das ist das ist letzter dass ich hatte ich wurde aus falscher button jetzt hier rüstung kaufen bei hier ich kaufe mir hier rüstung chestplate sieben allen engelt ok leute wir starten wieder was nachbarn los alter sind ja die sind ja leute lauter als mein staubsauger ich habe mir das leute ich greife das die anderen teams an mal an was passiert mit denen die kommen ich war und kämpfen was ist mit den nachbarn los ich würde mal sagen ich schwimme zu einem anderen team durch das betrifft weil man kommt gerade in der zeit würde in der zeit würde ich mal ja jemand lieb aber wer ok leute ich bleibe besser bei meiner base leute gleich ich freue mich nur ein bisschen hier nach vorne okay okay die leute sneak ich will morgen fängt mein kopf zu müssen das war also sei mal leise nachbarn sind ich habe ein bett gar nicht eingebaut und es ist kaputt okay da ist gut ich hoffe man kommt da jemand also müssen mehr gut aufpassen dass jemand kommt oder nicht das zeit jemanden zu anzugreifen ich hoffe meine ende persönlich spezielle items ich muss genau da die die zeit wo gold kommt ich brauche nur noch ein ich brauche nur ein gold dann können mich lernen was die welt was sie wollte ich bin okay ich bin die ganze zeit so schlecht wer denkt okay zack 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 jetzt springen springen das war mega mega ich werfe meine ender pearl zu den teams zu dem team also lila zu lila ding mal bitte also welches team bin ich blau blau ne das sind zu laut leute ich habe einfach mit die steaks die rot nein wo müssen wir lang ist es die ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung die haben auch gebaut scheiße ich habe keine ahnung ready Oh mein Gott. Ja. Bett aufgebaut. Jetzt Shoulder. Shoulder. Uh, der ist da oben. Der ist da oben. Der ist da oben. Leute. Autsch. Die müssen direkt mega schnell. Gold holen. Damit wir das hier holen. Wir müssen das holen. Wir müssen den Sieg. Diesen Sieg. Autsch. Autsch. Hallo? Kein Gold. Hey, wo kann ich nicht schwimmen? Nice. Jetzt kann ich wieder eine Enderpelle kaufen. Das ist supi. Das ist supi. Was so toll. Was? 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 Das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn... Ja, lasst einen Daumen oben da. Und, wenn es mal wieder heißt, MyCraftBadWolf. Ciao! Ich fasse mein Steak. Yum, 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 yum.